Meine Damen und Herren, willkommen bei Genshin Impact. Äh, ich klatsch durch das Licht an. So, ganz frisch, heutiger Tag. Wir haben eine Nachricht. Jetzt dachte ich schon. Äh, Ganju! Hatte Geburtstag. Ah, dann herzlichen Glückwunsch. 2.12. Sie schenkt uns, äh... Oxy... irgendwas. Blümchen halt. Dann... Ähm, hier das tägliche Wischwasch. Und heute mach ich, äh, diesen Hauptauftrag. Ähm, davor muss ich aber, äh, Albedo kurz wechseln. Wir kommen zu unsere Kokomi. Den hatte ich nämlich gestern ein bisschen, äh, ausgespielt. Ähm, da hoch muss ich. Ah, stimmt, zu seiner, äh, Hauptbase. Base. Die sind sehr schön. Ah, so, ich hab' müssen Ayaka gleich wechseln zu, äh, Jan Free. Und ich hab' gerade eben aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ich hab' äh, anstatt Leertaste in die ALT-Taste gedrückt. Hab' mich auch so ein bisschen, äh, äh, fairer Kakerlick da weg. Ja. Hallöchen! Läufchen die Untersuchungen gut. Er ist eingesperrt. Ach so, angestorkne. Ach, so angestorkne. Die ist noch eine Pfanne gemacht mit Pilzen. Wo ist denn Dingsbums? Ah, die ist Blumenkohl. Schatten im Schneesturm, Akt 2. Äh, Folge der Quelle der Stimmen. Okay. Da ist, äh, Felsbrocken. Hä? Oh. Obwohl, ich klatsch den mal weg. Ich hab vorhin die ganze Zeit Schiss, aber ich kann den hier mittlerweile gut wegballern. Ach, ich hab sogar eine Truhe. Warum hab ich das nicht früher gemacht? Weil ursprünglich wollte ich eigentlich dieses Chaos, äh, Zeug von dem Stilern. So, ich brauch bestimmt die Lockdown. Oder, äh, die Sequenz regelt es. Hey, ich hab vorhin nicht geflogen. Ich hab irgendwie... Die weiße, es war der Wind. Oh, das kommt von selbst. Oh! Eula! Die, die ich nicht bekommen darf und kann. Und Ember Schatz. Habt ihr wirklich extremes Pech. Äh. Äh, ja. Das muss sich nicht leugnen... Schließlich sind wir schon seit Tagen in dieser Gegend unterwegs. Ich habe auch gerade... Palad geht drauf. Das ist der, der, äh... Was für einen Start? Ja, das ist das, was wir sehen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich bin froh, dass Gerard hat, dass ich ihn in der安全en Umgebung verletzt habe. Entschuldigung, das ist alles für mich. Ich bin froh, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich bin froh, dass ich mich nicht verletzt habe. Tja, Bennet, der alten Schwachkopf, verbreitet halt nur Pech. Äh, weit entfernt vom Schicksal. Ah, tatsächlich. Vor Bennet würde ich mich noch nicht fürchten. Ja, das stimmt. Du bist jetzt schon zu früh. Und wir haben auch noch nicht gewonnen. Überhaupt nicht. Hm. 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 Ja, das stimmt. Und sie hat sich am meisten. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Also, ich glaube, ich mache das. Man kann auch noch nicht erraten. Naja, ich habe das ganz gut gemacht, aber... Ja, das stimmt. Jetzt haben wir noch mal ab. Okay. Die Leute ... Also, ich würde das nicht vorstellen, oder was? Okay, wenn ihr alle Glück habt, wird es sicherlich sein. Ja, das ist sicherlich. Wir schauen uns an den Krasse Marken zu suchen. Okay, das ist der Grund. Das ist meine Meinung nach. Das ist das, was auch die Geräusche? Warum hast du mich gefühlt? Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Ich will nicht nur einen Hocker, ich will einen ganzen Sessel. Was mit Läden? Ich! Du kannst nicht alleine auf einem Stuhl sitzen. Ja! Das ist geil. Ach, und ich kriege jetzt den Billo Hocker oder wie? Ja! Ambo Schatz! Das gibt es zu sagen. Ja! Ja! Okay. Klar, das machst du. Ähm... Ja, das stimmt. Äh... Was warst du? Ja, da musst du aufpassen, Schätzchen. Tja, wenn du Spaß hattest, dann freut mich das. Okay. Okay. Okay, dann störe ich nicht weiter, weil ich hab dann alles. Na ja, passt. Passt, passt. Ich komme später aus, aber danke. Ähm, dann spreche ich noch mit Eula. Das ist gut. Aber Amber hat gesagt, dass ich die Gäste gemacht habe, dass ich nicht die Gäste gemacht habe, und ich habe gesagt, dass ich nicht die Gäste gemacht habe. Okay, das war's dann. Okay. Ja, man kann ich alles auf sich nicht. Mit Amber Schatz habe ich schon gesprochen. Und mit Bennet will ich nicht sprechen. Ich habe schon eine Worte, die ich mir nicht so gut bin. Ich kann es nicht so gut sein. 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 Okay. Ah, ich trinke keinen Wein. Aber gut, ich will nicht weiter sterben. Klar, das mache ich. Bye. So, Albedo. Ich könnte dir sagen, mir geht's gut. Aber ich denke, es ist natürlich nicht gut. Ich bin in der nächsten Zeit. Aber... Deswegen... Ich bin... Naja, dann machen wir gleich weiter. So. Warum das Lago Feuer war da ran, oder nicht? Oh nein. Immer vorsichtig, das wird heiß. So. 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 Ali, farmach. Oh, die, äh... Ich schlafe mir gleich ein. Ich bin jetzt ein, was ich hier in der Kühe. Oh, mein Vater, ich bin ja nicht so. Ich habe immer einen Chancen mit Hany Sotayen und einen Kuchen. Ich würde auch einen Kuchen mit Hany Sotayen verkaufen. Den Kuchen mit Hany Sotayen? Ein Ba, ich habe einen Kuchen mit Hany Sotayen. Ich habe einen Kuchen mit Hany Sotayen gehalten. Ich bin das Kuchen mit Hany Sotayen aus. Ich habe immer wieder am 좋아하는 vom Zungen. Ich habe immer den Zungen geholfen. Dann hat er nichts mehr zu tun, was ich habe dazu von den Zungen geklappt. Dus immer ich mich selbst mit dem Zungen gibt, ich habe es alles alles geklappt. Und es ist dann auch, dass alle Leute für die Zungen für mich über die Zungen zu geben, was ich darüberами habe. Ja, genau. Bitte, dass ich zu essen und eine Mörfung halte. Das ist so ein Problem. Nicht nur einfach. Ich habe diesen Essen und ich habe es mit einem anderen Getränkst. Wir haben es schon gesehen. Ich habe es gesehen. Wenn man an Eur hat, wenn man nicht ob man einen Hinweis أنtet, hat man sich auf einen Gericht oder auf einen Sehnen. Ich habe es wohl nicht mehr im Kdo. Ich habe es gesehen. Ich habe das Gefühl, dass man sich den Eur hat. Ich habe es schon getrennt, wenn man muss, dass man nicht mehr auf eine Politik zu tun. Das ist gut, was ich? Dann bin ich in der Wind-O-Misum. Ich werde das mal an. Wie lange gehen Sie in der Ruhe? W-Warte! Du warst nicht mehr, oder? Ich bin hier. In der Wind-O-Misum kommen Sie in der Ruhe? Ich muss darauf hin, dass Sie es länger geschlagen. Also geht es um Trailer. Wenn Sie das Video wiedersehen, dann gehen Sie erst mal mit. Ich komme immer zum Versuch! Dann gehen Sie zusammen! so richtiges Pärchen mäßig Was ist zwei? Was gerade ein Schreibfehler? So? Die Schreibfehler, die Schreibfehler, die Schreibfehler und die Schreibfehler. Du kannst auch die Schreibfehler malen. Gut, dann gehen wir malen. Ich schlie den Ort um zu malen. Okay. Okay. Jetzt wird gezeichnet. Dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Fang an zu malen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Fangen wir also mit dem Kopf an. Welchen Ausdruck habe ich normalerweise im Kopf von Hiro? Naja, das Dumme hätte nicht... Vergiss es. Lass uns den Teil danach zu Ende bringen. Als nächstes zeichnen wir den Körper schnell. Male, was du im Kopf hast. Ein hochwertiges, fliegendes Haustier. Ja gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter, was ist das für ein Gemurkse? Genau, das ist meine Zeichnung. Ja, so würde ich im Anime zeichnen, ja genau mein Ding. Ah Gott. Na ja, ich kann nicht sagen, dass ich überhaupt nicht skill anhat habe. Du hast nicht gar nicht skill. Das ist eine Art 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 Art. Lola 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 philanthropy Lola 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 An und mann aus dem stück buch und kürzeln die kürzeln die kürzeln und sich bis zum morgen hat es vielleicht der nächste auftrag das muss ich auch ein anderes mal machen Oder? Willkommen. Wenn sie eh schon da vorne stehen. Moin. Oh, ja. Oh, ja. Ah! Masch! Na, wer ist das? Geh! Ich bin so ein... Ich bin so ein... Einander! Einander! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Ähm, Dings, Eula hat uns an der Hand gehalten! Huuuuh! Schön! Ich habe nur die Hände in den Händen geschenkt, also bin ich gut! Oh! Wo ist der eigentlich? Ah, da ist er. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ich habe die Hände in den Händen geschenkt, aber sie haben doch vermisst. Sie haben doch nicht runtergerissen und den Händen geschenkt. Er ist runtergerissen? Ich bin gespannt, was ihr. Es ist egal, was ihr das, was ihr die Worte schetzlich ist. Aber wenn sie sich auf den Berg und den Kugel zu verraten und sich so ein bisschen zu verraten, dann... Wir sind noch schnell zu uns. Alles klar. Einfach jump. Runterjumpen. Ja, deswegen ist hier so eine Art Gerolle. Da brauche ich so Quarz, aber in dem Verkauf jetzt nicht. Zwischensequenz. Benetto! Bödie? Bödie? Hörst du? Bödie? 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 Arbedo? Ist das nicht mit euch? Arbedo ist mit euch zusammengegangen, aber ich habe noch nicht gesehen. Wenn ihr Arbedo gesehen habt, Arbedo ist auch in der Nähe. Mal schauen wir uns an. Ja! Alles klar, suchen wir mal. Ach. Oh, da ist jetzt mehr gekriegt. Ja? Wenn, äh, Prüfungsseminator die vom Samo sich komplett alle 30 Fragen macht, oder? Arbedo! Wo ist der Ort mittendrin? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, pörik! Ich denke, wir finden da historien... Lieber mich selbstisode wieder ist... Ich find es schon eigentlich auf den стenaaren. Das war's für mich. So... Was sprich mit den Leuten? Achso, die Leute. Egal. Egal. So. Nichts. 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 Der kommt da einfach an. Gesp... Angelaufen. Ah? Arvedo? D... 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 DI... D... 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 Ach, ich habe noch ein bisschen überlegt. Wie sollte ich mir den Kopf stoßen, wenn ich durch Weggrande bin? Ich fühle mich nicht. Es ist gut, aber es ist gut. Ich gehe jetzt noch ein bisschen schnell nach Fumoto. Ja, alle, ich... Huuu... Ich war so viel so... Ich habe nicht geflogen. Die Begründung ist direkt vor der Zeit. Wir haben es geschafft! Wenn du auf der Kürtel kommst, dann trinken wir einen heißen Schaub und essen mit dem Kühlschrank. Ich werde alle nicht mehr aufhören. Wie war das denn? Ich habe mich vor kurzem gestorben, aber... Ähm... Was ist etwas strange? Ja... Was war der Hüte? Oder war der Körper? Wie er immer so nach Trieb umschaut. Ich sag, ich muss da mal 88. Muss ich auch mal kurz den hier machen. Mal kurz den Ofen ausschalten. Hä? Aber ich auch jetzt. Oh, bei 88 Grad wird's ein bisschen kritisch. Vom Laptop. Ich bräuchte mal so einen Unterleg-Kühl-Düfter. Damit er nicht so schnell warm wird im Winter. Da. Da. Ja. Alle folgen Albedo nach vorne. Da. 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 Ah, jetzt. Da. 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 Der EUR-A sieht es warm, aber wenn ich mich interessiere, wenn ich mich interessiere, wenn ich mich interessiere, ist, was ich? Wenn ich die EUR-A so fühle mich, wenn ich... Oh! Ich schauze mich nicht! ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 ... 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 Ja, und wie lange gilt das? So, da ist nämlich den zweiten Teilfehler jetzt geholfen. Rückseite dieser Zeit. Saarhh. Na, wir nehmen auf die POL-EQ. Na, wir nehmen auf die Malen. Na, das haben wir hier. Na, wir nehmen auf die Böden. Na, dann gehen wir zu, nachdem wir hier. Ja, da hat er da drauf. Ja, mit solchen Detaillern. Ich wollte wieder mal hin. Nee, auch nicht. Ja, 10. oder 19. 26. oder 17. Ja, das ist ja schon. Ja. 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 Naja, egal. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ähm. Hier krieg ich noch nicht ganz. Hier fehlen noch 60. Wobei, das könnte ich noch machen, wenn ich die täglichen Herausforderungen schaffe. Dann müsste ich die 60 beisammen haben. Wo haben wir denn die? Da ist einer. Dann machen wir heute ein bisschen Überlänge und dann gibt's noch einen Wisch zum Abschluss. Von, äh, Standardwisch. Wisch, wisch. Mal sehen, was ich da bekomme. Ich bekomme ja, ähm, sicherlich nichts und da ist noch so ein, äh, Fliegi für eine Kiste. Das würde ich vielleicht gerade noch mitnehmen. Ach ja, und sorry für die kleine Unterbrechung, aber, ähm, muss ja sein, wenn Bobby Fragen hat. Alter, wie viele Kisten. Jetzt habe ich halt leider das Ende nicht miterleben können. Aber das werde ich dann mal, äh, bei der Aufnahme angucken. Der Endprolog sozusagen. So, jetzt verreckschaue wir grad. Ich hab bitte... Ich hab ein bisschen zu... Ihr müsst grad auch ein bisschen sterben, da ihr leider... im Rahmen des... ...ehh, irgendwas wartet. Die sind 1000er Schaden. Sind die Gegner Below hier oder was? Und ich hab grad ein bisschen zu laut. Ich hab die Gefühle auch. Ich hab die Gefühle doch nicht gesehen. Ich hab die Gefühle doch gegessen. Ich habe keine Ergültigkeit. Ich habe keine Ergültigkeit. Und jetzt können wir zur täglichen Herausforderung. So, ich verpiss mich aber gleich wieder. Und nach keinem unnötigen Kampf mehr, muss halt trotzdem ein bisschen warten, bis der von mir abgeschlossen hat, aber so weit ich hier geredet habe, hat er abgelassen. So besiegen sie alle Gegner. So, wo kommt der Schneesturm, solange er mich hier einsammelt. So, gib mir dein Staff. Jetzt hängt da oben noch was. Ah, ich kann das so hochholen, okay. So, dann schnapp ich mir das da. Dann zwei, das ist dritte, dann fehlt danach nur noch eins. Da unten hatte ich, glaub ich, auch noch hier das Tägliche. Da luftet's ein bisschen. So, dann schnapp ich mir das. So, dann schnapp ich mir das. So, dann schnapp ich mir das. Dann schnapp ich mir da dran. So. Das war jetzt die Herausforderung. Und dann kommt's jetzt. Hier. Dann porten wir uns hier hin. Das wird wahrscheinlich irgendein Typ sein, ja sprich mit Muscheng, der irgendwas braucht. Hallo, Jan. Na, was brauchst du? Was machst du da? Ja, sicher noch. Auch wenn er mir irgendwas erzählt hat. Äh, mit Luino zu tun haben könnte. Ähm, ich geb dir sowas. Damit kann man nix falsch machen. So ein, äh, Lotusblatt. Wer da ist ja auch schon eins. Tschüss. Ah, warte, jetzt bin ich doch grad hier unten und kann, ähm, ähm, äh, gleich zur, wohl, doch ein bisschen weiter weg, dann teleportier ich mich schnell rüber. Oh, das ist ein paar Millisekunden, ähm, besser. Das ist für ihn, das ist ein paar Millisekunden, ähm, besser. Hallöchen. Und dann, wenn wir schon dabei sind. Einmal da, einmal da da, einmal da, einmal rein, einmal dort. Einmal da da, einmal da da. Einmal rein, einmal dort. Und dann hier. Wo haben wir Gold? Oh, wohl. So. Dann sind alle wieder bedient. Und hier kann ich, äh, doppelt einsammeln. Es fehlen noch die 150, äh, Punkte an, ähm, Hertz. Aber das, äh, vorwende ich jetzt, indem ich da so'n, äh, so'n, äh, das da einfach herstelle. So. Dann haben wir das auch. Und dann sind die täglichen, äh, Herausforderungen abgeschlossen. Ich kriege hier wieder ein bisschen Auflevelungsbooster. Kann dann hier, äh, meine Mates hochstufen. Aber in dem Fall warte ich bis Albedo nachher hochstufen kann. Gut. Dann kommen wir zum Finale des, äh, heutigen Formats. Und machen noch einen letzten Fisch. Philipp hat wie so sich sein Handy unten liegen lassen, ne? Ja, okay, ich krieg nur sowieso ein Buch. Opferkintuale. Das hatte ich schon, weil sonst hätte ich nicht so'n, äh, sonst hätte ich nicht sowas bekommen. Fällt mir sonst noch was ein, was ich hier kaufen könnte? Ne, das brauch ich nicht. Dann mach ich das doch, komm. Apropos Albedo braucht doch zum Hochstufen. Äh, das da. Ist das das, was ich herstellen kann? Oder, äh, kann ich das sogar noch? Ja, kann hergestellt werden. Grün. Dann müsste ich das da schnell herstellen. Äh, das habe ich doch bestimmt massenhaft. Hier. Guck hier, das habe ich doch massenhaft. Gut, dann fehlt nachher nur noch, äh, den, äh, Steinboss da erledigen. Und dann kann ich den auf Stufe 70 hochstufen. Hier, da fehlt noch eins. Aber das mache ich dann privat. Was fehlt bei dir? Krass. Du bist hochgestuft. Ich packe mich da mal auf die nächste Stufe und baller dann halt 20 rein. Der Rest gewicht dann Albedo. Dann war's das für die Folge. Ich mache sowieso kurz Pause, bevor ich weiter zocke. und dann bis danach